Ich glaube, ich bin jetzt soweit fertig, den Red Game oder Blue Game habe ich jetzt. Jetzt brauche ich noch einen anderen, den finde ich irgendwo und dann kommt man weiter und Zeug. Naja, ich, sobald, wenn es soweit ist, weiß ich, was ich machen muss. Ich glaube, jetzt kommt, ich weiß gar nicht, ob jetzt auch hinterher kommt. Vielleicht hat er wieder Angst vor der Tür. Ja, hier Lockpick, naja, hier kommen wir dann durch. Oh, hier ist ein Barrel Roll. Also, naja, da sind auch die ganz tollen Dinger da. Seien es gerade runtergefallen, hat man zum Glück nicht gesehen. Nervig, aber extrem. Hier muss ich auch später wieder hin. Ja, kann ich nicht ansprechen. Hier findet man blaue Kräuter, um Vergiftung zu heilen. Das ist das Dumme, wenn man so viel mit sich rumträgt. Mach ich einfach mal so. Das geht nicht. Ja, bzzt. Ja. Hatte nichts gebracht. Naja, ein blaues soll doch erstmal reichen. Ich hoffe, ich werde nicht so oft vergiftet, weil das ist schlimmer als ein Pokémon. Maschinengewehr. Oh, ein Hund. Noch ein Hund. Aber die sind zum Glück irgendwie sehr dumm. Ich hoffe, da war nichts. Ich glaube, da war noch Munition, aber ich glaube, das ist hier nicht so Mangelware. Deswegen soll das schon klar gehen. Hier sind noch mehr Hunde. Und mancher hat man halt so, ähm, ja. Oh, da brauche ich dich. Ach, verdammt, verdammt. Ach. Äh. Äh. Scheiß drauf. Lass mich in Ruhe. Ach, wie sieht's aus? Korschen, Orange. Äh. Na, scheiß drauf. Danger. Scheiß. Ach, egal. Jetzt habe ich Platz. Dann scheiß Hunde. Hier kann man sich umsonst gratis, äh, vom Gift heilen lassen an diesen blauen Kräutern. Und hier ist ein Safe-Raum. Die Musik ist auch total beruhigend. Nachdem Nemesis ein fast zu Tode geschlagen hätte mit einer Bazooka. Das ist dumm. Und hier findet man so viele rote Kräuter, die verwendet man kaum. Nein. Äh. Falsch. So. Ja. Ich glaube, ein... So ein Teil nehme ich mal vorsichtig damit. Dann müssen wir noch zurück. Und da war, glaube ich, noch was. Sonst habe ich doch immer so an Hunde da vorbeischleichen. Oder Renn-Skills. Und hier jetzt gerade, wie man gesehen hat, nicht. Da. Das hier. Ja. Das ist jetzt meins. Power-Cable. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ach so. Das meine ich. Warum, dass ich nur so komisch renne. Warum renne ich einfach? Die können doch schon bestimmt schneller rennen als ich. Ja, ja. Die Pest. Naja. Ich hinterfrag's nicht. Sonst fange ich jetzt auf einmal wirklich an zu rennen. Ähm. Ne. Sieben Schuss sollte reichen. Ja, noch mehr. Oh. Äh. Ja, danke. Brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Noch eine Tür. Ja, das ist doch ganz... Oh, ich glaube hier ist eine Karte. Ne, es ist Schedule. Ah, da ist eine Karte. Äh. Da. Relativ wichtig. Ja. Danke. You take me down to my... Danke. Und hier kommen jetzt auch diese Viecher, an denen man eigentlich relativ einfach vorbei rennen kann. Roar. Äh. Ich hoffe, das ist... Fag. Das ist falsch. Moment. Ehe eine neue Aufnahme gestartet und das hier ist falsch. Das heißt, ich... Na, ich will nicht vergiftet werden. Bin ich vergiftet? Bin ich vergiftet? Nein. Ey, lass mich los, du pervers Linken. Gott, ey. Ja, komm, fickt euch. Ah, ich glaube, ich sterbe. Fickt euch, ey. Ganz ehrlich, den Huren-Söhne. Ja. Zum Glück haben wir diese Ausweich-Skills. Auf easy. Unnötig. Wollte ich vermeiden. Ging nicht. Scheiße. Naja, ich will nicht sterben. Und das habe ich auch geschafft. Einfach nur hierher laufen. Ich hätte einfach nur links laufen müssen. Aber na. Das Dumme ist, aber in den Cut-Zien bleibt immer stehen. Und warte, bis das... Bis das Monster... Schrägstrich der Gegner auch mal richtig bei einem ist. So wie bei Nemesis. Oh, hier ist das Restaurant. Das ist eine ganz große Scheiße. Das ist, äh... Äh, Pedro Dude. Das wird unser Freund... Oh, hier sind... Äh... Später im Spiel, also relativ am Ende, spielt man auch noch mal als der. Ne. Man kommt ja noch auf diese scheiß Insel. Das ist ja gar nicht das Ende. Oder ist es überhaupt eine Insel? Ähm... Das brauche ich? Ich glaube... Ja, das brauche ich. Aha. Das brauche ich jetzt noch nicht. Doch, das... You need to you. Na, ich habe es vorher noch nie versucht zu nehmen. Und deswegen geht es jetzt auch nicht. Man muss es erst später nehmen. Doch, meine Fresse. Geht doch. Er muss doch immer mit... Auf dem... Gleich... Ja, Wüt... Nein, I won't take it. Unnötig. Naja. Ähm... Oh, ich hatte ja noch eins. Naja. Ist ja egal. Äh... Na, hier ist das Restaurant. Hier kommt man gleich wieder raus. Es ist unnötig, dass ich von hier aus reingehe. Aber naja. Noch mehr Kräuter? Ne. Gewürze. Auch Kräuter. Liegt da was? Da sieht aus, ob man es nehmen könnte. City Guide. Äh, dear citizens, thanks to kind and generous people of Umbrella Inc. This is a peaceful and friendly city. The vast donations from Umbrella Inc. have been used for welfare work. Blah, blah, blah. Also hier wird einfach nur erklärt, dass Umbrella total nett und friedlich ist. Wie man sieht. Oh, da lag eine Tasche. Vielleicht war ja irgendwas da drin. Oh, da ist es ein Kissen. Ah, scheiß drauf, man kann es nicht ansprechen. Die Lampe ist noch wichtig. Ah, ja, hier brauche ich... Ich weiß gar nicht wieso, aber das ist ziemlich unnötig. Ah, verdammt. Lockpick brauche ich. Ich glaube, aber das ist gar nicht nötig. Ich glaube, man braucht das nicht. Aber wo ist ein Save... Ja, hier ist ein Save-Raum. Keine... Keine große Sache. Oh, da kann ich einfach dran vorbeirennen. Ja, kann ich. Ja, das sollte man auf hart definitiv drauf haben. Warum kann ich einfach jeder so sein wie die? Die total dummen Trottel. Save-Raum ist wo? Äh... Ah, da rein. Schön zu wissen. Äh, nein. Falsch. Weiche. Ach, tolle Scheiße hier. Eigentlich ist es unnötig, dass ich das mache, weil ich habe so viel Munition und relativ wenig... Gott, ey, was ist denn los mit dieser Scheiße hier? Ist er tot? Ja, er blutet. Hier steht noch einer. Save-Raum. Sei da, sei da, sei da. Danke. Dann war es für so einen kurzen Blick doch schon ziemlich problematisch. Hier liegt... Ach, die Crank... Crank? Ja, Crank. Braucht man auch noch. Ist hier noch was? Oh, Shotgun-Scherz. Ich glaube, dann soll ich doch mal ein paar mit mir rumtragen, oder? Naja, weiß ich jetzt nicht. Aber auf Easy sollte ich mich mal nicht beschweren. Ähm, brauche ich noch nicht. Oh, Framerate. Na, die ich gerade ziemlich im Arsch. Ich glaube, hier höre ich auch erst mal auf. Lockpick. Dann kriegt man eine Sprechstange. Dann blablabla, kommt Nemesis. Alle sind glücklich. Äh, ja, also bis zum nächsten Mal. Halt rein. Naja, ja, auch wieder... In Absperten. Also, es geht嘛. Nachhaltung ist alles gut.